So, willkommen zurück und zwar spielen wir jetzt erst mal wieder Extermination Day, wegen weil, ja, Back to Saturn soll ja nur so nebenbei laufen. Wobei ich später auch noch andere Spiele starten werde. Oh, das war zu leicht. Ich habe da zum Beispiel... Hä? Ja, eben, ich habe das neu gedrückt. Ich dachte, ich habe das neu gedrückt, ich bin im Endeffekt. Ähm, nein. Wir werden später auch noch Hellbound und Dark Encounter spielen. Das sind zwei Spiele, Maps, die ich früher schon mal gespielt hatte, mit Project Plutality und die sind auch sehr, sehr nice. Und die... Also, gerade... Er muss sich überlegen... Ähm... Hellbound? Hellbound. Hellbound passt auch, glaube ich, sehr gut. Die ist gut von dem ZD. Okay. So, was ich aber machen wollte, ist endlich Laken. Ich muss kein neues Spiel anfangen. Wo kommen wir denn da hin? So. Ach ja, das war ja das, wo wir... Wo, 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 wo? Ähm... Oha. Dafür nicht mal eine Flammerade. Das war ja nicht mal massiv Munition, oder fühlt ihr jetzt auch komplett? Ja, hier fühlt alle... Ja, die Dinge so breiter. Okay, die Map haben wir jetzt auch rüberarbeitet. Normalerweise war hier überall Munition, und zwar massiv Munition. Hier ist ja gar nichts mehr munitionstechnisch. Hä? Interessant. So. Dann... Wow, wow, wow. Alter, das ist ja gar nicht. Der Stecker, äh, der Stecker. Der Rechner war aufstockert, und ich verliere wieder alles, was ich fast aufgenommen habe. Ach, Mann, fällt der wieder glatt. Ist überhaupt die ganze... Alter, ich seh die Gegner nicht mal. Wo seid ihr denn? Ja, ja. Yay! Woo! Hardcore-Ficken! Äh, hier geht's auch für eine Munition. Also, wenn das... Ich lasse jetzt mal den anderen in den Vortritt. So. So. Okay, jetzt komme ich. In hoffung, dass ich nicht... Das... Bläh, bläh, bläh. Dass ich nicht wieder ist, denn abgeschossen werde von irgendwas. Oh, da wo ist einer? Oh, Alter, nein, 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 nein. Alter, wo, 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 wo ist dieser verfickte Scheiß? Ich seh keinen. Hallo, wo, wo denn? Ich glaub, es ist der, den ich ganz genau jetzt gerade im Visier habe. Ah, ja, tanz doch mal rum, kleiner Wichser. Ach so. Äh, er sieht ihn auch an. Ist ja nett. Alter, was ist denn jetzt hier grad bitte? Hallo? Okay. Warte, der Richterstock hat auch extrem. Gott. Ist die ganzen Spitteleffekte hier... Ja, klar. Ich bin tot. Äh, was mach ich jetzt? Okay, äh, jetzt mal Waffenstelle. Gucken, was wir überhaupt noch alles haben. Nach der letzten Aktion. Äh, die ist voll. Ah, ja. Wow. Keine Raketen. Das war klar. Komm, ganz ehrlich. Ey, willst du mich... ... ficken? Weißt du, wenn man alles hat, ... dann kriegt man keine Raketen. Aber wenn man keine Raketen hat, ... dann kriegt man alles. Außer Raketen. Dann leck mich. Nein. Okay, kann man auch gebrauchen. ... aber nicht primär. Danke. Leck mich. Danke. 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 Geht doch. Danke. Danke. Meine Fresse. War das jetzt so schwer? Ja. Okay. Also, es war wirklich ein Monstern. Jetzt habe ich auch 40... ... also... ... fast 40 Bilder pro Sekunde. Es lag also wirklich gerade daran, ... dass alle angegriffen haben. Wie die Bekloppten. Alter, was war denn das gerade für ein Gemetzel hier? Das hältst du ja im Kopf mir aus. Oh. Wo ist das, der Cyberdemon? Er läuft doch mal. Er wird nicht, Junge. Wie der aussieht. Der war mit meinem Zahnarzt seines Vertrauens. Da hinten ist der Kackarsch. Komm mal her, du bist... Los, alle auf ihn. Ich bin natürlich der, ähm... Wie heißt der? Der, der im Krieg immer die Befehle gibt. Der, 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 der. Oh Gott, wie heißt denn der? Äh, 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 General? Ne, General ist ja der Bürofuhr umsetzt. Kommandant. Ich bin der Kommandant. Ich kommandiere euch jetzt gerade rum. Andererseits. Kann ich den Leuten mal Gefallen tun und mich nicht helfen? Nein, nicht. Na, und ist nicht dein Ernst? Ja, klar. Okay. Rocket Launcher kann ich sowieso vergessen. Alter, ich wiesere damit sogar meine eigenen Leute an. Das gibt's doch gar nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Aber da komme ich doch gar nicht weit genug. Ah, ich räume ein bisschen auf. Oh. Wobei ich nicht glaube, dass ich welche bekomme. Vor allem, um, um, mit dem Raketenwerfer so, um zu kämpfen, ähm, ist der wiederum zu schnell, ja? Das, das wird definitiv nichts. Weil, die Raketenwerfer sind halt relativ langsam, also, die Raketenwerfer sind natürlich langsam, nee, natürlich nicht. Die Raketen, die der Raketenwerfer verschießt, die das langsam. Und, äh, ehe die Raketen bei ihm sind, hat der mich zumindest drei Meter belegt. Und dementsprechend kann ich Raketen nur denn benutzen, wenn ich die, ähm, Verfolgung einschalten kann. Also, die dürfte das Lock-On. Naja. Es geht aber nicht, wenn ich damit auf meine Leute schieße. Oder auf so ein Fächer Felsen. Oder auf so ein Fächeres Geräumert irgendwo rumliegt. Ich hoffe, man kann, äh, mein System nachlesen. Also, meine, meine Befürchtung, meinst du. Oh. Das ist Liki. Perfekt. Gut. Dann räumen wir mal kurz ein bisschen auf. Bitte einmal mir alle folgen. Wo geht das überhaupt lang? Ich hoffe, ich bin richtig. Es sieht so aus. Alter, ich sehe einfach fast nichts, was auch so hell ist. Oh, ich bin tot. Ist das Hammer Demon? Ja, da ist das Hammer Demon. Ach, du kacke. Ah, siehst du, das meinte ich, ehe ich bei ihm bin, hat er sich schon so weit bewegt, dass alles umsonst war. Jawoll. Jawoll. Tade. Er hat keine Ruhe hinterlassen, das ist echt Tade. Wobei, es leuchtet da aber. Hat der wirklich keine Hunde hinterlassen? Nee, hat er nicht. Okay, ich muss wieder raus. Tschüss. Ich überlasse euch mal das Feld. Ich mache schon mal Kaffee, für alle, die Kaffee wollen. Wo hängst du denn das fest, oder was? Junge, bewegt deinen Arsch. Der Krieg ist da vorne. Los. Mach deine Muskeln breit. So, hier ist nichts mehr. Gut. Okay. Hier ist gar nichts mehr. Außer Munition, die ich aber gerade nicht brauche. Okay. Dann nehmen wir mal die Waffe in die Hand. Ist auch nichts mehr. Na komm. Oh, schade. Ich dachte, ich kriege die noch. So, hier hinten ist hoffentlich auch Ruhe. Ja. Achso, hier. Ja, von da kamen wir diese beim komischen Fliecher. Oh. Hallo, Motherfucker. Okay, dann gibt es noch ein bisschen Action. Ich speichere noch ganz kurz. Die Extermination. Okay, genau. Nein, wieso schieße ich doch mal in eine Leute? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das können wir ja alle hin. Boah, Alter. Na komm. Geht doch. Genauso nicht anders. Haha. Ihr seid nicht mehr genug für mich. So, noch mehr hier? Nein. Oh, da ist noch einer. Alter, von meinen ganzen Leuten sind da kommen doch welche da. Wow, 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 wow. Achso, ich bin bereits voll. So, Leute. Hä? Hab ich hier nicht gerade aufgeräumt? Achso, jetzt. Oh. Oh, hier geht's auch noch weiter. Okay. Achso, Scheiße. Da sind wir wieder in dem Bereich, wo wir, wo ich... Also der ist... Lass meine Leute in Ruhe. Nur ich hab meine Leute umbringen. Aus Versehen. So, wir brauchen, ähm, Schrotflisten. Also hier, äh... Hä? Ach, da ist noch einer. Lass meine Leute in Ruhe. Such dir weniger in deiner Größe, so wie ein Misch zum Beispiel, Mixer. Alter, das ist das für eine Scheiße. Jetzt müssen wir mehr Munition am Anfang... Also, so wie ich die Map kenne, war ganz am Anfang der Map, bei der Brücke, war haufenweise Munition. Das war wirklich ein richtiges Militärlager. Und jetzt ist das einfach nichts mehr da. Ich werde die gesamte Munition entfernen. Warte, wo soll ich denn jetzt hier an Munition herankommen? Ich brauche Schrotflinte. Oh Gott, das wird... Das wird ein hellen Chor. Aber muss ich... Muss ich mit der hier spielen? Ich hätte aber kaum Durchschlagskraft. Auf jeden Fall, der geht relativ schnell leer. Äh... Ist das so richtig? Das sieht so aus. Ja, perfekt. Oh! Meine Fresse. Wer hat denn hier gerade geschossen? Oh, erstmal speitern. Okay. Guck mal, ob das Lager hier noch geblieben ist. Aha, okay. Das Lager hier ist noch geblieben. Beruhigend. Oh, sehr schön. Äh, wow. Oh. Das ist jetzt traurig. Das ist leider mit dir. Aha. Jawoll. Geil. Leute, ich muss schieten. Es tut mir leid. Aber... Die ruhen... Was jetzt überhaupt? Das ist halt etwas... Das habe ich mir erarbeitet. Gut, ich habe gerade noch zwei Schüsse gebraucht, aber... Es geht dabei jetzt ums Prinzip. Äh, wobei ich fühlt sich langsam hin. Ich komme auch gerade nicht drauf. Och, Mann, ey. Das ist doch gar nicht. Okay. Ich korrigiere, ich ruhe mir gar nichts. Oh, Mann, das hält er jetzt hier viel zu langsam. Oh, Mann, das hält er jetzt voll abgelaufen. Oh, Mann, das hält er voll abgelaufen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht gereicht. Nein, hat es nicht. Wow. Oh. Das war ja mal nett. So, vorschluss noch ein bisschen Rüstung. Kommt mir wieder, ich habe die Rüstung verloren. Dankeschön. So, dann... Quick-Safe, ja, ich springe einfach mal ganz kurz. Wow, ich habe noch mehr Rüstung verloren. Und dann müssen wir einfach mal alles aus, was geht. Okay, also viel geht gar nicht. Achso. Ah, da kommt man nicht rüber. Was? Und erinnert mich doch. Oh. Okay, ich bin sowieso voll. Von daher. Oh, die Sonne hat es eine Menge. Wow. Ich hätte also durchaus einfach die Akzeption, die ich spülen können. Keine Rüstung. Ist ja mal voll creepy. Ach, Mann, jetzt. Guck mal, jetzt. Wurzel zum Thema Doppelsprung. Nein. Ach, leck mich doch jetzt am Arsch. Wurzel zum Thema Doppelsprung. Na, komm. Ach, Mann. Und ja, darf ich jetzt nicht dazu fortführen. Das ist bei der Map schon immer scheiße. Diese Kack. Das hier. Ich brauche hier immer mindestens 20 Versuche. Oh, das ist... Äh, grau. Da... Och, Mann, jetzt. Mach doch mal... Mäh... Der erfüllt nicht sowas eigentlich. Äh... Oh, oh. Ich glaube, ich weiß, dass es jetzt kommt. Und ich muss sagen, genau das Wissen, was ich habe, macht mir Angst. Ach du Kacke. Ja gut, dann würde ich mal sagen, ja. Das war's erstmal für diese Map. Und dann bis gleich.